Musik Also seit dem 7. Oktober haben wir wieder eine ganz andere Situation. Der brutale Überfall der Hamas auf Israel hat die Lage auch in Deutschland, in Berlin, in deutschen Grundstädten natürlich viel angespannter gemacht, als sie es vorher war. Soll jetzt in der Vorweihnachtszeit Hans-Georg Maasen die deutsche Bevölkerung im eigenen Land verunsichert werden? Ist das ein Ziel? Also ich glaube, die Verunsicherung der Bevölkerung ist nicht das Ziel von islamistischen Terroristen. Ich sehe es eher so, dass wir hier in Deutschland Hunderttausende von jungen Männern haben, mit Migrationshintergrund radikal muslimische junge Männer, die das Ziel auch von Agitatoren sind, von Aufhetzern, ob das in Moscheen ist oder im Internet. Und diese Leute können entweder durch eine derartige Agitation von jetzt auf gleich zu einer Terrortat gehen oder aufgrund eines anderen Triggormoments. Und Sie sprachen gerade an den 7. Oktober, den Überfall der Hamas auf Israel. Diese Situation seit dem 7. Oktober mit den Bombardements und Angriffen auch auf den Gazastreifen, und die Berichterstattung in der arabischen Welt hat natürlich das Potenzial, junge Männer hier in Deutschland zu radikalisieren und sie, auch wenn sie möglicherweise noch Drogen nehmen, dazu zu bringen, zu sagen, jetzt muss ich es den Kufan zeigen, jetzt muss ich meinen eigenen Weg des Dschihads gehen, wenn andere das nicht machen. Also ich glaube nicht, dass die Angst, Erzeugung der Angst in der Bevölkerung das entscheidende Moment ist, sondern hier geht es darum, dass Leute ihren eigenen Dschihad gehen wollen. Das sind Einzeltäter und das macht das für die Sicherheitsbehörden auch besonders schwierig, diese Personen zu identifizieren. Man kann nicht auf eine Struktur zurückgreifen und sagen, der kommuniziert mit dem und mit dem und dem aus der Struktur und deswegen können wir die Leute identifizieren, sondern diese einzelnen Leute, die sich hier in Berlin vielleicht in irgendeiner Dachgeschosswohnung oder in einer Asylunterkunft dann heimlich radikalisieren, sind das Problem für unsere Sicherheitsbehörden. Das ist der Settingssteil, das ist das Problem für unsere Sicherheitsbehörden. Das ist das Problem für uns, denn da